Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Alter weißer Mann, der am 31. Oktober in den deutschen Kinos startet und das wird man ja aber noch sagen dürfen, oder Lieder? Ganz genau! Alter weißer Mann ist der neue Film von Simon Verhoeven, der hat zuletzt diesen Mini-Vanili-Film Girl You Know It's True gedreht und hatte aber auch große Erfolge unter anderem mit Männerherzen, aber auch mit Willkommen bei Die Hartmanns, der ja auch schon ein bisschen ein gesellschaftliches Thema thematisiert hatte und jetzt halt eben auch Der alte weiße Mann mit Jan-Josef Liefers als eben dieser alte weiße Mann. Worum es genau in dem Film geht, das Lieder kannst du uns bitte mal kurz erklären. Ja, auch Der alte weiße Mann thematisiert ein zeitgenössisches Thema, nämlich es geht darum, dass sich manchmal etwas in der Gesellschaft auch zum Guten verändert und die Sprache moderner und zeitgemäßer wird, dass man nicht einfach mehr ungeschoren rassistisch, sexistisch, homophob und so weiter sein kann. Und darunter leidet der weiße, mittelständische, wohlhabende, alte weiße Mann Heinz Helmich, gespielt von Jan-Josef Liefers natürlich schwer. Dabei winkt ihm auf der Arbeit gerade die Beförderung zum Vorstand. Aber um in den Vorstand zu kommen, muss er sich möglichst modern und progressiv geben. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man so ein bisschen ewig gestrig geneigt ist. Darum tut jetzt Heinz in seinem Kreise seiner Familie, der zwei jugendlichen Kinder und Gattin Carla, alles um möglichst dem Haushalt einen fortschrittlichen, zeitgemäßen Anstrich zu geben. Denn bald kommt ja der Chef zum Geschäftsessen und zu dem Ganzen gesellen sich auch noch ein paar private Rangeleien mit der ältesten Tochter, die nach Berlin abgeflogen ist und dort ihre Musikkarriere starten möchte und einem neuen Coach an der Firma, für die Heinz Helmich arbeitet, der all das verkörpert, was Heinz Helmich sein soll, aber aus tiefstem Herzen nicht ist. Ja, vielen Dank. Ich mach's kurz. Ich finde, dass der, was der Film versucht, ist ehrenwert. Ich finde aber, wie er es macht, ist extrem altbacken. Also, ich, wie soll ich's ausdrücken? Ich kann diesen alten weißen Mann, diesen Heinz Helmich, in gewisser Art und Weise, in ein paar Aspekten durchaus verstehen, finde aber, dass der, wie der Film das behandelt, ist halt so, ja, so, so typisch deutsch irgendwie. Es ist, es ist hinter, hinter dieser Fassade, dieses, dieser, wir thematisieren ein, ein gerade gesellschaftlich klimantes Thema oder Themen, ist es halt so eine, dann doch wieder sehr biedere, gutbürgerliche Komödie. Ähm, so, und ich weiß nicht, ich, der, der Film wird gerade so ein bisschen beworben, wie, dass er sich was traut, dass er auch ein bisschen rebellisch ist, aber ich kam da raus aus dem Film und dachte mir, da ist nix rebellisch. Also, ich fand, ich fand den Film auch nicht mal wirklich beißend, ich fand den sogar eher zahm. Ähm, wenn er zumindest wirklich richtig bissig gewesen wäre, egal jetzt in welche Richtung, ja, aber der ist halt einfach nur so eine richtig deutsche Komödie. bräsige Komödie und da war ich dann doch schon, ja, relativ enttäuscht. Wie sieht's bei dir aus? Ich denke nicht, dass das, was der Film versucht, ehrenwert ist, denn was der Film macht, ist sich eben einem rechtskonservativen Publikum mit einer Art Augenzwinkern zuzuwenden und zu sagen, na, im Prinzip ist ja all das Blödsinn, diese sensible Sprache, Gendern, Umweltbewusstsein, äh, sich als weißer Mensch nicht als der Gipfel der Schöpfung zu fühlen. Das ist doch alles Quatsch. Und gleichzeitig aber zu feige oder zu vorsichtig und kommerziell ist, um das offen auszusprechen, aber ist immer impliziert. Zum Beispiel wird dann da immer wieder bemüht, dass man ja nur miteinander reden müsste und ja auch Toleranz haben müsste für andere Meinungen. Aber sorry, not sorry. Rassismus ist keine andere Meinung, die man tolerieren sollte. Und genauso ist es mit Queerphobie oder Sexismus. Das sind nicht akzeptable andere Meinungen, über die man jetzt mal sprechen muss, zumal ja dieses Diskutieren noch nie was gebracht hat. Jeder, der mal versucht hat, mit rechten oder ernstreaktionären Leuten zu reden, weiß, dass das alles einfach nicht bringt. Und wir sehen ja mit der AfD, wo wir da hingekommen sind, dass wir immer sagen, oh, wir müssen ja nur mit den Leuten reden. Und dieser Film hat halt einen furchtbar altbackenen Humor, der, Überraschung, wer hätte es gedacht, immer gegen jede Form von Modernisierung dient. Und wirklich die ältesten und verstaubtesten Konzepte dabei vertritt. Und zudem all das falsch macht wirklich exemplarisch. Und man weiß nicht mal, ob absichtlich oder aus Versehen, was er als reaktionär ankreidet. Da wird zum Beispiel bei einer Werbekampagne, die hier der Hauptcharakter Heinz für seine Firma startet, bemängelt, dass da im Mittelpunkt ja wieder die weiße, heteronormative Familie stünde. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was im Mittelpunkt von der Handlung des Films steht, die weiße, heteronormative Familie. Aber da ist null Selbstironie oder auch nur Selbsterkenntnis, sondern solche Sachen gehen einfach komplett an der Inszenierung vorbei, die ja genauso verstaubt ist, wie es der Hauptcharakter nicht mehr sein soll. Ja, also vor allem steckt da auch so viel drin. Also dann kommt noch das Thema KI mit rein, weil es ja auch gerade weltweit irgendwie behandelt wird mit ChatGBT und wie die nicht alles heißen. Und natürlich ist die KI auch schlecht und wird natürlich auch so dargestellt, wie sich Leute ohne Ahnung halt so eine KI vorstellen. Und das würde mir sogar noch irgendwie gefallen, wenn da wirklich witzig wäre, wenn das halt irgendwie bissig wäre, wenn da irgendwas drin wäre, was irgendeine Art von Emotionen bei mir auslösen würde. Aber das Einzige, was dieser Film wirklich durchgehend ausgelöst hat von mir ist so eine Art Säufzerei. Also ich kann, was ich halt verstehen kann, ich bin jetzt auch in dem Alter, wo ich mich als alterweiser Mann bezeichnen kann, die Welt wandelt sich, die wandelt sich immer. Und es gibt einfach Sachen, die bekomme ich nicht mit oder bin ich zu langsam. Aber dann kann man ja nachfragen. Ich habe zum Beispiel noch nie irgendwie was Böses gehört, weil ich mal nachgefragt habe, LGBT, da kommen ja immer ein paar Buchstaben dazu und ich mich wirklich ernsthaft gefragt habe, was bedeuten diese Buchstaben. Dann fragt man einfach jemanden, der sich auskennt oder googelt ist und dann hat man die Antwort. Aber hier wird das so dargestellt, als ob das so, ja was schon so Grabenkämpfe sind. Und ich weiß nicht, ob der Film versteht, dass er da eigentlich tatsächlich mehr Öle ins Feuer kippt, als wirklich Wasser. Und wie gesagt, ich bin ja eine einfache Natur. Wenn es zumindest witzig gewesen wäre, hätte mich das ja gar nicht gestört. Hätte ich gesagt, gut, sei es drum, ja, politisch oder gesellschaftlich verwerflich, was soll's. Aber hey, ich habe wenigstens laut lachen können. Aber wie ich schon sage, das ist für mich einfach nur Gesäufze. Mehr kam bei dem Film bei mir nicht zustande. Ja, in welcher Ecke dieser Film politisch steht, das merkt man schon daran, dass in der Inhaltsbeschreibung des Verleihs hier das Wort Woke benutzt wird. Es wird zwar in Anführungsstrichen gesetzt, aber der Begriff Woke ist natürlich einer, den die rechte Fraktion längst für sich gepachtet hat und mit der inzwischen eben nicht mehr irgendeine Form von zeitgemäßem Bewusstsein bezeichnet wird, sondern die ganz gezielt negativ konnotiert wurde. Und auf herablassende Weise ein vermeintlich überzogenes zeitkonformes Verhalten darstellt. So ähnlich wie der Begriff Wutmensch, der ja eindeutig negativ konnotiert ist und längst nicht mehr neutral und von einem ganz bestimmten Segment der Gesellschaft benutzt wird. Und das setzt schon ein sehr deutliches Signal dazu eben auch, dass man dann da solche Figuren hat wie den Großvater von Heinz, der sich wirklich massiv transphob äußert, auch haufenweise also wirklich groteske Unwahrheiten und Fehlannahmen da verbreitet, die aber auch als wertige, gültige Ansicht dargestellt werden und auch wieder eine feige Methode sind, um die Meinung der Filmschaffenden zu artikulieren. Also dass da zum Beispiel behauptet wird, dass ja Transfrauen in allen Sporten, natürlich das Thema Sport, das ist ja das allerwichtigste Transthema überhaupt, angeblich zumindest für Heteros und Cis-Leute, dass die angeblich jetzt alle Sportfelder dominieren würden, weil ja eine als Frau geborene Person niemals gegen eine bei der Geburt als Mann eingeordnete Person in irgendeiner Sportart gewinnen könnte. Was völlig der Realität widerspricht, aber hey, verbreiten wir es einfach mal in einem Film. Und da steckt ja System dahinter. Also dieser Film hat mich sehr, sehr unangenehm an bestimmte politische Parteien erinnert und steht auch in einem Kontext mit mehreren Filmen, die jetzt zurzeit rauskommen und einen ähnlichen Tenor haben. Also der Spitzname, der etwa zeitgleich anläuft, ein paar Wochen später, der hat ein ganz ähnliches Thema, wo sich eben auch beim gemeinsamen Essen darüber gestritten wird, dass man jetzt ja gendern soll und wie man nur umweltbewusst sein kann oder wie es sein kann, dass Leute ihre Pronomen selber bestimmen. Und dieser Film jetzt auch. Also das ist wirklich, das ist nicht einfach nur komisch, also misslungene Komik, sondern das ist ein Lautsprecher für ein rechtsreaktionäres, gesellschaftliches Zurückentwickeln. Diesen Neokonservatismus, den wir überall haben. Ja, du, ich würde ehrlich sagen, ich habe es diesem Film aber nicht mehr zu sagen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie egal mir dieser Film ist. Und ich finde ihn nicht so furchtbar wie du. Aber es ist so, ja, so ein ultimativer Egal-Film für mich. Ich werde aber mal die Behauptung in den Raum werfen, dass der sehr erfolgreich sein wird, wenn der am 31. Oktober startet, weil der, glaube ich, schon sein Publikum findet. Und ich möchte hier ganz klar sagen, wenn euch der Film gefällt, bedeutet das für mich jetzt nicht automatisch, dass ihr AfD-Wähler seid. Wenn ihr AfD-Wähler seid, dann, naja, weckt mich im Arsch. Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu dem Film zu sagen, außer vielleicht, dass ihr vielleicht mal hinterfragen solltet, wo ihr politisch steht, wenn euch diese Art von Humor wirklich so massiv anspricht. Und damit meine ich wirklich hinterfragen. Damit meine ich jetzt nicht, wenn euch das anspricht, seid ihr doof, sondern weil ich nur mal irgendwann wirklich darüber nachdenken und sich das Ganze durchziehen. Was finde ich hier eigentlich komisch? Warum finde ich es lustig, wenn ein klein wenig Modernität in die Gesellschaft kommen soll? Und warum stört es mich so sehr? Was verliere ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel die Pronomen von anderen Leuten respektiere? Fällt mir da ein Zacken aus der Krone oder so? Kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, und vor allem, es ist keine kulturelle Eineignung, wenn ihr koreanisch kocht. Das sollte auch klar sein. Das war auch so eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Also, ich bin ja auch der Meinung, ihr könnt auch gerne euer Kind Pierre nennen oder Sergio oder was weiß ich. Das ist ja auch vollkommen... Oder Leon Ludwig. Nee, den nicht. Leon Ludwig nicht. Das ist der einzige Name, der verboten ist. Ja, also, ich sehe ja eigentlich auch keinen Grund weiterzumachen, weil Lida hat, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und konnte. Und würde sagen, wir können gerne noch ein Fazit machen. Mein Fazit ist, wie folgt. Das war nicht mein Film. Wenn ihr den lustig findet, dann viel Spaß. Es habe ich gegönnt. Aber, wie Lida auch schon sagte, hinterfragt mal ein bisschen, was ihr da eigentlich komisch findet. Aber ich möchte trotzdem jetzt niemanden vor vorurteilen, der den witzig findet. Vor allem, weil ich ein paar Bekannte habe, die das wahrscheinlich sehr witzig finden und die eigentlich jetzt keine AfD-Wähler sind. Das wäre mein Fazit. Lida, dein Fazit bitte. Ja, Alter weißer Mann, ein Film für alle, die das Negativ-Klischee des alten weißen Mannes verkörperten. Dann sage ich als alter weißer Mann, gemeinsam mit der alten weißen Frau, ein vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, Telechamp.de gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite. Da könnt ihr auch reingehen, wenn ihr schwarz, weiß, lesbisch, schwul, bi, asexuell. Wir nehmen alle auf. Wir sind ja nicht wählerisch. Tele-Champ.de. Außerdem auf unserem Discord-Channel könnt ihr auch mit uns reden. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, so alter weißer Mann würde uns interessieren. Tele-Stammtisch slash Discord. Damit sind wir raus. Ich sage Tschüss und Lida, das letzte Wort gebührt dir. Macht's gut, Leute. Und guckt euch nicht diesen Film an. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus